Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Livestream. Jo, ich bin heute nicht mehr, also nicht so fit. Und jetzt erstmal ein bisschen gemütlicheres Spiel zu spielen, damit es nicht gerade so anstrengend wird von mir. Und wir starten mit Tempest. Der Himmel wird verschwinden und die Götter werden auf die Erde stürzen. Eines Tages werden die Schwachen die Macht über die Starken erlangen. Die Poeten werden ihren Gesang einstellen und stattdessen das Schwert in die Hand nehmen. In solch finsteren Zeiten werden die stärksten aller Helden geboren. Das Spiel muss noch kurz neu starten. Aus irgendwelchen Gründen, ja, muss das Spiel kurz abstürzeln. So, ich meine, geht der Ladebätschirm hier nicht mehr so schlimm. Aber, ja, das wäre jetzt ein komisches Problem. Okay, also, jetzt hoffentlich wird es nicht mehr ab. Es hat echt nicht so optimiert für neue Pizzes. Aber, gut, um ihn fixen Sie es, wenn man es schreibt. So, also. Jo, habe ich schon öfters jetzt gespielt im Livestream. Habe jetzt nicht so viele Zuschauer bekommen, hola, finn. Ähm, das Spiel ist halt jetzt schon, äh, 16 Jahre alt. Und, ja, kam eine neue Anniversary Edition, also 10 Jahre, Titan Quest 3 über 2016. Und, ja, seitdem, äh, ist das Spiel jetzt immer noch wieder neu mit drei Addons und neuen Patches oder so rausgekommen. Also, viele neue Patches. Und, ja, jetzt momentan, ja, bin ich wieder umso mehr ein Fan von diesem Spiel. Ich habe es damals 2006 noch nicht spielen können. Sondern erst 2007 spielen können. Äh, einfach, äh, schade, ähm, wo ich nicht hatte, auf meinem PC. Schade-Grafik gerade. Und seitdem bin ich dann mehr ein Riesen-Fan. Ja. Ja, wir spielen ein Bild, wo wir jetzt ein bisschen weiterkommen. Wir wollen ja auch die neuen Akte, ähm, finden. Äh, hm, ja. Weil der Bild ist eigentlich ziemlich für Anfänger gemacht. Also, diese Sache, die man braucht, um schnell zu rushen und alles mögliche. Weil mit einem Beschwörerbild, ich habe es jetzt auch wieder ein bisschen getestet, man kommt nicht gut weiter. Also, das größte Problem liegt eigentlich daran, dass man die Monster gesteckt hat und dafür die BZM im Stich gelassen hat. Ja, und jetzt versuche ich es einfach nochmal. So, ich möchte gerne, ich möchte gerne, dann direkt da nicht den Bogen holen. Ja, ich möchte gerne, ich möchte gerne, ich möchte auch noch etwas Kn Also Action, 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 Story, Item suchen und so weiter und hat eine ziemlich gute Story für einen Hackenslay. Ja ich war schon den ganzen Tag eigentlich tief. Ja wegen dem Rundspiel sehr vor allem, der leider noch nicht so weit ist, dass man darauf spielen kann. Dass noch ein paar andere Sachen gemacht werden. Ja. Und der Minecraft Server startet eventuell morgen. Schon mal für meine Zuschauer. Mal gucken. Es gibt ein Achievement, da darf man nicht getroffen werden. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Wenn wir dann mal versuchen, wenn wir ein bisschen mehr Items haben für den Anfang. Die meisten sind ja ab Stufe 3, ich weiß nicht, wie man das macht. Vielleicht irgendwie ein Tutorial. Einfach mit dem Bogen den Bogen schon mal ins Lager tun. Und da einfach mal testen, ob man getroffen wird oder nicht. Ich denke eher nicht. Es ist einfach zu langsam. Vielleicht schon. So. Wir können eigentlich jetzt schon, denke ich mal, ihn machen, den ersten Boss. Den Saty Shaman. Bei Bogen ist ziemlich gut und safe. Aber sehr Langsamheit. Hm. Ist gut. Ist ja nicht so laut. Aber für euch ist gar nicht so laut. Wollen wir noch ein bisschen lauter für euch? Okay. Hm. Wollen wir es nur prüfen. So ist es ziemlich gut. Also lauter soll es ja auch nicht sein. Also level up. Ich kann ja nicht sein. Also Beet wird Jagd-Traum sein. Gehört damals eigentlich schon ziemlich zum stärksten. Ob es jetzt auch noch gut ist, weiß ich jetzt nicht. Also fangen wir mit der Hand an. Sieberührung. Muss ich aus. Skill. Und das Apfel links. Und dann weiß ich nicht, was ich auf nächstes nehmen soll. Das macht so... Alter. Alter. Vierter. Schlag. Schuss. Stunt. Stunt. Damage boost. Oh Gott. Er verleitet aber sehr viel Schaden. Das ist cool. Ja, wieso sich bemühen mit einem... Padmense. Jetzt werde ich einmal umgestellt. Die Geissen brauchen wir nicht mehr. Und ja, kann ich schon weitergehen. Es geht sehr schnell, wenn man einfach auch die richtigen Klassen und Eignis wählt. Jetzt habe ich mal ohne Eignis, ohne nichts. Man kann noch Tränke kaufen, klar. Einfach noch mal nichts genommen und habe es geschafft ohne Problem. Einen Trank habe ich mir verwendet. Wenn du da rausgehst, solltest du nicht unvorbereitet sein. Dort ist es nicht sicher. Kaufe dir hier, was du brauchst. Ähm, genau. Intelligenz brauchen wir nicht. Auf Wiedersehen, mein Freund. Ich kann deine Ladung leichter machen. Ja, dann nehmen wir schon mal die Tränke. Genau. Und... So, das kann doch mal rein. So. Was wir alles verwenden können, ist... Ja, noch nicht so zu sehen. Ein Bogen vielleicht. Ja, ab 11, ab 10, ab 14, ja. Also einen Bogen müssen wir dann noch holen, irgendwie. Drop bekommen. Und sonst, weiß ich auch nicht. Ab 119. Wenn... Als wenn dann hier die Hand... Die Schuhe. Der Helm. Die Schuhe. Die nehmen wir nicht. Äh... Sonst können wir gleich mal weitergehen. Der Helm. Aber es ist Intelligenz, das geht nicht. Möge Hera dich behüten! So, ähm, jo. Eben Akt 3, was wir letztes gemacht haben, war wirklich cool. Und jetzt ist es sehr schwer. Ähm, die neuen Akte nehmen wir wohl. Wunder, die jetzt auch nicht so eine gute Qualität haben, vielleicht schon. Natürlich sicher. Und, ähm, jo. Ja, Wunder. Aber auch ein Spiel, das mir jetzt gerade noch nichts am Ego zum Denken bringt. Wenn in den nächsten Tagen vielleicht mit dem Bullen spieße, wahrscheinlich dann sehr schwer werden. Ich habe vielleicht noch nicht so viel Kopfschmerzen sind eigentlich weg. Aber dafür ist man richtig, ja, den Schultern ein bisschen Schmerzen füllt. Ich weiß auch nicht, was ich genau habe. Aber ich denke, einfach schlecht geschlafen. Ja, das macht einfach weh. Sollte aber nicht lange wehtun. Kennt ihr das? Ja, die Beteiligungsqualität ist eigentlich nicht gut. Ja, und jetzt streame ich einfach ein bisschen weniger, weniger Zuschauer. Aber das Spiel halt jetzt nicht so bekannt ist in der Mehrheit. Wir könnten sonst vielleicht nochmal Minecraft Pixelmon bringen. Aber ich möchte jetzt zuerst einmal ein bisschen Spaß haben. Ohne viel zu denken. Die Fähigkeit ist sehr gut. Auch in der Angusgeschwindigkeit schon. Also, die sind ja noch normal, aber der noch leicht ist völlig aus. Der Schaden hat sehr hoch, also Traum ist schon sehr, ja, einfach, sozusagen. Aber ich will ja auch den neuen Ock zeigen können. Ja, nicht so schnell natürlich. Haben wir da nicht AOE dann? Ja, bei Traum haben wir noch ein bisschen. Oder auf Effekt Damage. Sonst sicher auf Jagd. So Streuschuss könnten wir würden. Keine Ahnung, wo er nochmals spielt. Damals habe ich ihn öfters gespielt. Genau dem gleichen Fit. Einfach, ja, jetzt mit besseren Items. Mit mehr Leveln. Und so weiter. Mal schauen, wie es geht. Und ja, das Spiel wird leider nicht mehr so gestreamt. Und ich habe jetzt nicht nachgeschaut. Aber ja, ich finde es schade, dass solche Games immer wieder in den Airboden versinken. Ähm, ich bin eben einer, der wirklich auch gerne ältere Spiele spielt, die einfach schon fertig gepatcht sind. Und ich möchte ihn da nicht so nerven, wenn sie mal irgendwie Bugs drin haben oder so. Hat Titan Quest immer noch. Aber dafür ist einfach kein Täterfest, was die Neue sind. Hallo Stark wollte ich auch bringen, aber das leckt leider. Wir haben das immer noch nicht gefixt, dass der Server... Wir haben sogar einen neuen Server aufgemacht, ja. Aber... Ja, ich gehe nicht auf den neuen Server, natürlich. Ich gehe dort, wo die Deutschen sind. Und da müssen wir aber noch ein bisschen Geduld haben auf den Stark. Dafür spiele ich das dann später öfters. Ja, da müsste ich eigentlich auch noch reingehen heute. Habe ich noch nicht gemacht. Was macht denn der, der Paun? Ja, ein Dachspaun nicht mehr. Ja, damals war das Spiel sehr, sehr beliebt. Wir hatten viele geredet über einen neuen, die haben ja zwei Killer. Und, ja, wurde er richtig gelobt. Heutzutage, ich weiß gar nicht, wie wir das noch kennen, richtig. Es ist ein bisschen schade, dass die Spieler einfach rund anzugehen dann. Immer noch die neuen Spieler gespielt werden. Oder halt einfach zu viel gestreut werden. Und der Entwicklung macht sich sehr viel Mühe. Also, er hat jetzt schon wieder einen neuen Patch rausgebracht in diesem Monat. Der recht viel gefixt hat. Recht viel, ähm. Auch zum Beispiel eben für die Petmans, so wie er Ordnung in Ordnung gemacht hat. Weil, Tartarus hat gemacht, dass man jetzt zum Beispiel keinen Schaden macht mit Pets. Und das war natürlich unfair. Aber es ist ja nur in der Tartarus Grube. Das ist eine Art Arena. Und auch freie ich mich, da wieder rein zu gehen. Mal gucken mit dem Bild. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Ich kann also, ähm, drei Ladungsstufen älter. also dreimal aufladen, dann automatisch loslassen. Störwelle wird vielleicht auch noch gehen, ein bisschen Magie. Schlafsang brauchen wir nicht. Leben absagen ist ziemlich cool. Ich weiss nicht. Ich muss das schon machen, weil ich brauch klare Traum. Ein Damageboost eher da durchholen. Das ist, glaube ich, stärker, wenn wir jetzt nur hier reintun, diese Punkte. Oder einfach einen reintun und die nächsten will Psy-Berührung. Ja, brauche ich stärker. Ja, wir sind doof, jetzt mehr stärker brauchen. Geschicklichkeit macht den Damage hoch und ich, ja, doch, stärker macht. Stärke macht den Damage hoch und Geschicklichkeit ist halt nötig. Deshalb müssen wir da schon Geschicklichkeit mehr stellen. Okay, jetzt sind wir da ganz schwer. Okay, jetzt sind wir da ganz schwer. Oh. Der Damage ist halt schon. Stamm. Psy-Berührung. Gefehlt mir sehr vom Damage. Ein menschliches Gesicht. Ja, ich hab nur einen Boom. Ich hab nur einen Boom. Nur einen leiser Boom. Hm. Stärke ist gut. Stärke machen wir. Ja, wir haben einfach noch zu wenig. Also Geschicklichkeit zwei, Stärke zwei. Und dann wieder eine Stärke, eine Geschicklichkeit machen. Und dann nur noch Geschicklichkeit einige zwei. So ungefähr das hätten. Also eigentlich brauchen wir beides wahrscheinlich gleich viel. Dann insgesamt. Weil wir wollen ja auch gute Rüstung tun. Aber ich denke, Stärke ist jetzt gar nicht so wichtig, wie ich jetzt denke. Was hat der jetzt denn? Hat man angegeben. So. Aber hat mir nichts genug für den Kamen-Damage bekommen. So. So. Was ich eigentlich bevorzunehmen? Ich bin noch mal von schneller. Dann mehr Drucken. Das macht natürlich mehr Schicksal. Davon sie ein bisschen schneller machen. Das hat auch viel mehr Spaß. Und durchwaschen. So. Wir wollen ja auch hier in den Achtung. Mit einem Bait, der halt wirklich nicht genau so gemacht ist für das... vom Balancing oder so. Geht es nicht so gut mit dem Headbed. Ich hätte gedacht, er kommt eher einfacher durch, aber wir müssen da schon einen Bed haben, der wirklich OP ist. Sonst haben wir die ganze Zeit Heiltrinkers ab und Heiltrinkers ab. Naja, bin ich nicht so der Fan von solchen Spielen. Die einfach so extremst am Grinding ist. Wie wir so anlösen und einfach drauf gehen. Ziemlich gut. Sicher nicht der Beste, aber vereinfacht es. Viele haben Mana-Probleme oder Probleme, gute Items zu finden, wenn sie zum Beispiel mager sind. Weniger Magie-Items einfach droppen. Der Gegner immer das droppt, was er ausgerüstet hat. Das ist ein bisschen doof. Er hätte mindestens einen kleinen Venetar haben können, wo er noch mit Items droppen könnte. Mit Zufall oder so. Aber meistens ist es leider so, dass er wirklich der Gegner nur das droppt, was er wirklich sehen hat. Und die anderen werden auch. Eine weise Artpost getroppt, glaube ich. Sie sind gar nicht mehr sichtbar. Jetzt haben wir ja hin auf die Quelle mit dem Blustband mit Gift. Also, ein Punkt sich mal hier rein, denke ein Punkt hier rein und der Rest jetzt mal im Zwieberrührer. Ehrlich gesagt eine Stärke, der Helm ist noch nicht 80, aber wir haben noch nicht 80 deshalb. So, der Helm ist schon ein ganzes Stückchen besser. Von wegen Lebensregeneration. Die Widerstände, ja, möchten wir jetzt noch nicht so stark so viel. Aber genug ist natürlich sehr gut. Sieht auch cool aus. Das, da wir jetzt auf Schaden machen, müssen wir jetzt gar nicht so viel Gegner töten. Wir haben ja meistens sowieso nicht so gute Eindimmer. Und einfach eher durchlaufen, damit wir dann Level 10 sind an den ersten guten Bogen, als wir es bekennen. Ja, das sind einfach so die ersten Bogen, die vielleicht geklappt sind beim Beschwer. Also, das ich jetzt gerade gesehen habe, es gibt echt wenig Beschwörungs-Items. Also, Beschwörung ist jetzt nicht so gut wie eine drückende, denke ich mal. Ist eher so ein, ja, ja gut, man muss sich leider durchbeschwören. Und das macht, ja, Nackt Teil und dann wirklich nicht mehr so viel Spaß, leider. Also, wenn man so denkt, ja, 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 ich schaff's noch knapp und so. Ja, der Beschwörer hat's irgendwie am meisten erwischt durch die, ja, Schwierigkeitsgrad-Ändung. Ich weiß nicht, was der Entwickler denkt, ja. Die Spiele können jetzt noch mehr gut durchgehen, weil sie natürlich noch längere Spiele haben. Aber, nee, das Gehen muss gar nicht so schwer sein, dann. Also, die Sternengegner sind vor allem brutal schwer. Die sind zum Beispiel schneller als jetzt zum Beispiel der Beschwer, wenn wir abendiensten. Und man muss dann die ganze Zeit Heiltrink gesaufen. Ja, das ist nicht so toll gewesen, dass ich's erlebt habe. Und deshalb noch ein Ding. Und neue Brüder. Die Halskette. Den kann ich jetzt auch nicht mehr. Den kann ich jetzt auch nicht mehr bewegen. So. Okay. Die Halskette. Deine sind nicht mehr. Ich schaufe. Die Halskette. Ich meine Worte. Ich kann mich nicht mehr verweilen. Ich verspreche dir. Jetzt am Sonntagabend haben wir recht wenige gestreamt, also bestimmten Spielen. Die machen meistens Pause, denke ich mal, am Sonntagabend, später. Ich habe jetzt einfach Minecraft geschaut und haben wenig gestreamt nach dem Stream, oder ja mitten im Stream. Und ja, nach der Epoche hat niemand gestreamt. VTA hat halt ja auch nur Rollenspiegel gestreamt. Und ja, ich habe da noch ein paar andere Spiele dann dazwischen manchmal gehört. Zum Beispiel möchte ich ja schon länger wieder ein bisschen mehr Hoko live und so bringen, also das bringt halt auch nicht so viel zu, ja. Ich muss ja wissen, was wir halt schauen wollen und was nicht. Gewünscht. Gewünscht wird eigentlich meistens regnen. Oder geht's ja ohne. Und Robots. Die drei Sachen, die kann ich jetzt nicht ständig bringen. Also wenn ihr Wünsche habt und ich jetzt hier noch etwas anderes von Wünsch zu einfachen gehen. Ich komme hier in die Bahn, ich soll hier durch ohne Kämpfe. Und grillen. Ja, ich muss jetzt mal rum. So, jetzt sind wir in Sparta. Das Lager kurz vor Sparta sind wir jetzt. Ich glaube, man zieht von einer Ecke sogar noch in Sparta. Das Schärfe. Das Schärfe. Ja, es wäre jetzt auch nicht gerade so interessant zu spielen. Das Abwarten auf den großen Schlag. Ja, das muss der Entwickler halt. Sicher noch interessanter sein. Aber wir sind ja auch tanken müssen. Nicht so in Schwierigkeiten oder schlecht. Aber wir kommen durch die Gegend durch. Aber wir müssen uns auch nicht schaden. Okay. Also zähe Gegner sind halt zähe. General Leonidas? Moment mal. Wenn... Also jetzt machen wir den großen. Dann spielen wir ja, weil ich sagen, dass ich quasi so motiviert bin. Ich bin ziemlich beschäftigt, die Spartaner auszurüsten. Beheile dich, was möchtest du? Ich tue den Kammel hier. Gar auf und bauen nicht mehr. Okay. Ein Leveling-Bate haben wir. Ich geh mal kurz zurück und erquippe, dass es eigentlich noch gut ist. Ich bin richtig müde. 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 Telles Lied noch? Ja. Ich bewahre deine Sachen auf. Ja. Den nehmen wir mit. Den müssen wir ausrüsten. Ja. Du schluckst kauft. Das ist auch sehr wichtig. Der hat das Amulett. So. Ja. Und der Rest müssen wir dann später nochmal haben. Möge Hermes dich leiten. Wenn du schon da raus gehen musst, bis zum nächsten Mal. Das ist doch, es geht. Vielleicht doch nochmal die gleiche. Die rechte Malstaste, damit du besser den zauberen Auer zeigen kannst und den anderen Auer. Ich glaube ja noch eine Auer. Ich weiß nicht. Ah. Ist da eine Auer. Wenn ich besorgt habe sehe. Automatische Auer und Kipps. Das ist schon richtig. Aha. Das wird sehr viel besser. Dann hast du das. Ist doch doof, wenn die gleiche Auer bewegen und angreifen ist. Wirksame Lebensabschlagung. Und Reflektion glaube ich. Das ist sehr schwach. Reflektion. Dann müsst ihr wirklich viele Stats. Den Items haben und so. Damit es genug stark ist. Das habe ich ausgetestet. Das ist Level 15 ungefähr. Und Reflektion ist am Anfang einfach wegen dem Gegner Schaden nicht so hoch. Da muss der Gegner Schaden halt noch ein bisschen steigen. Ja. Ja. Geht noch mal ein bisschen vieler Leben. Ja. Geht noch mal ein bisschen vieler Leben. Ich machte meinen morgendlichen Spaziergang, als ich auf diese Monster stieß. So. Ja. Schaden. Könnte höher sein. Ich hoffe, dass sie nicht bluten. Ich habe keine Ahnung, wie sie den auch noch starker Stärke gemacht haben. Ja. Sie haben allgemein alle Bosse Stöcke gemacht. Werden hätte er noch. Hm. Ich brauche irgendwie tot. wieder weg. Ja. Welche Spaziergang die. Er hat dieses Samt. Ja. Ein Bogen ist ja sehr schwer. Aber, einen besseren Bogen sogar ist. Ich wollte mich mal kurz oder so bedenken. Ein bisschen nervig. Hallo. Bitte pick dich rein. Hm. hier ist geht es gut ja wir brauchen ich bin eigentlich tot, aber kein bluten du schon wieder du schon wieder so ist die gofi gefühlen so, was jetzt klassiert und wie wir schauen wir haben wir haben wir haben wir haben hier hier wir haben wir sind hier Ich mach ihn jetzt aber so, wenn wir aus dem Masin heilen zu lassen. Ja, also wegen Absagen ist sehr gut. Sie ist jetzt mal zurückgekommen. Hm, wie zu früh zu stark. Aude. Ab mehr Leveln und besser ist er. Wahrscheinlich ist er nicht mehr so stark. Ich hab ihn jetzt durchgerusht, jetzt ist er nicht zu stark geworden. So, aber... Ja, kommt nix. Okay, wir einen Silber. Nehme ich das mit. Das war für mich jetzt einfach der stärkste Boss. Früher auch schon fast der stärkste Boss. Weil die nachfolgenden Bosse eher langsam sind. Keine Ahnung, was der entwickelt hat mit dem Ballon. Denkst du? Ja komm, wir machen zuerst den schwierigen Boss und dann machen wir die leichteren Bosse. Damit der Gegner... Ja... Der Spiel natürlich extrem farmen muss. Naja... Ist äh... Mischleierhaft, weil... Ja... Das war natürlich was Problem im Sinn ist. Wir selber auch sehr viel Mods für Diablo zeigen. Mit geholfen fahren. Und... Die waren eigentlich immer super Mods. Also man kam dort noch richtig gut. Hat dann einfach eine Hölle. Ja, ein schwierigeres Spiel als sonst. Und das hat motiviert, oder? Das Spiel soll nicht beim ersten Boss schon mega schwer sein. Es muss erst kommen, oder? Und... Dann wenn man am meisten Freude hat, weil man dann einfach auch items fahren kann. Dann sollte es langsam schwieriger werden. Aber in... Also im... Titan Quest kann man eher erst dann weiter, wenn man wirklich ein Bild hat. Und... Gute items hat. Dann kommen wir erst dann weiter. Ist nicht soo gut gemacht. Ja... Ja... Und man muss halt schon recht gut farmen. Damit man die items auch bekommt. Ich glaube jetzt im Oct. 3 schon recht gute... Unique... Chancen. Aber ja... Es wird ja nicht gut farmen zu können. Man ist eher der langweilte vom Fahren. Genau. Das Spiel ist halt nicht immer soo gut, dass jetzt wirklich viele Spiele spielen. Aber die meisten sind nicht soo aktiv am Spielen. So, ein Fähigkeitenpunkt. Das ist super. Wir nehmen alle Punkte hier rein. Wir müssen hier max werden. Und... Jetzt auf Geschicklichkeit nur. So. Hm. Gut, haben wir nur den Boden. Was darf es dieses Mal sein? Giftschirten. Ah, ist grad viel zu teuer. Auf Wiedersehen. Okay. Mal schauen, was ich jetzt spiele. Hm. Was hat mir jetzt... gewünscht? Weil ich Discord nicht aufmachen. So. So. Eigentlich wurde äh... Pet Simulator und Regnum gewünscht. Hm. Toll ist schon mit Black Screen. So. Ähm. Ja. Ist doch kurz hinter Sonnensinn. Ich komm gleich wieder. Also ähm... Ja, ich würde am liebsten eigentlich Regnum spielen. Aber ich bin nicht so motiviert zu leveln. Gotik wird wahrscheinlich auch nicht so viel unlocken. Die Uhrzeit. Albion wollte ich ja weiter spielen. Hm. Warband bringt jetzt auch nicht so viel Leute. Ja, eigentlich Mein Köfte. Und während es ladet, tue ich mal noch Text. ни, mit gar... Die ich habe es geschafft. ready? Okay jetzt geht's nochmal hierhin, also jetzt... This ist so viel Zeit. So, jetzt ist es ziemlich zufrieden. Das pedirf cliché garst nicht. Geist. Mehr pieds noch etwas UWiss. Blau mich bei Best. Ja, einfach und Culture machen die Frage uns Stelle sicher ist. Ich weiß gar nicht, wer es für einen Titel also wir machen das Dorf mal, ganz easy habe einfach Lust jetzt zu bauen wir brauchen ein Pokémon Sand ich hoffe die spawnen und dann können wir eigentlich dann auch wieder Pokémon trainieren oder eben ein Bett aber dafür brauchen wir einfach eine Wiese gut, also wir machen eine Pokémon Region nach und nach und nach, die wirklich toll ist zum erkunden das heisst man selber im Modus natürlich so genau, da haben wir schon mal Bären Pokémon spawnen so gut, genau, Zauberwasser haben wir hier drin, stimmt eben kein Bett blauer Beton also gehen wir zuerst mal auf Erkundung da rüber genau in die Richtung in die Richtung, also Ebene sieht man und dort gibt es hoffentlich Voltilams oder so, aber die muss man ja auch besiegen können kann man nur besiegen, wenn wir ein Pokémon haben, das nicht kampfunfähig ist also ich denke es fungiert als Wiese ähm, es ist aber irgendwie so Brachland ähm, es ist aber irgendwie so Brachland ähm, wie man dann sagt Ritter die 10 was nochmal, es sind so ja, ja es ist ein Den, also eine Höhle aber man kann nicht rauf oder so ok, eine Den keine Höhle das verlangsamt uns genau hier so ah, jetzt haben wir irgendwo Wolle, Voltilams oder so schau mal ja, das kann ich mal wie gesagt ja das sieht es auch mal aus ausgemacht und kippen wir natürlich auch naja es gibt ja kaum irgendwie Nachteil, wenn man die items verliert weil ja, die brauchen wir auch aber da brauchen wir eine Schere die nehmen wir jetzt hier nicht weg die nehmen wir jetzt hier nicht weg die sehen jetzt sehr schön aus wie ein Dorf oder so die kann man leider irgendwie nicht züchten also das ist ein bisschen komisch so hier haben wir jetzt das Körper das wir noch nicht genommen haben printet haben zickzacks die bringen glaube ich Leder eher okay okay eine 2 dann träne Nummer 2 also hier könnte man gut leveln wenn die Gegner nicht zu stark sind sehr gut nur keine Voltilamps keine Vati keine Ampharos ich weiß gar nicht wie viele man findet also Voli würde eigentlich noch gehen also Voli ist glaube ich ein neues Schaf ein ziemlich neues X und Y noch Schaf nein äh Schwert und schwer heißt Voli also ziemlich also eigentlich die neueste Generation hm ja sind aber zu stark die sind also die haben sehr gute Animation Dankeschön Venem und Willkommen Dankeschön für den Follow die geben glaube ich auch entweder Gold oder so äh kein Pokémon sind in Sicht hm ähm sonst müssen wir das alles herstellen wir haben ja äh J dann können wir alles herstellen so weiß ich natürlich noch nicht nicht mehr wie man alles herstellt und mit J kann man alles herstellen also wenn kein Bett geht oder so dann muss ich dann halt einfach so ein Pokémon Center herstellen sieht ziemlich cool aus komm machen wir mal ein Boot und dann gehen wir heute zurück ein paar hätte uns denn nur zurückgesetzt irgendwie helfen sollte aber nicht hilft gut gut da haben wir auch noch eine Insel ja dann kommt wieder der Sumpf was ist das hier das ist ein Legendary Pokémon aber es steht nichts nein ich glaube das ist ein Starter Pokémon oder so und das ist ein Wingull Boss das ist einer der Starter Pokémon von Schwert und Speer so kenne ich die Generation nicht ein bisschen zu neu okay gehen wir mal einmal links um wir müssen ja wieder gleich hier hin also gehen wir lieber hier und dann rennen wir mal kurz nach Hause Village Roots Find a Village ja wir haben noch kein Village gefunden genau Dankeschön für den Follow Fun von Bessing Willkommen im Livestream oh das hätte ich vielleicht nicht mal sehr gut ja das Mod Pack das kann man runterladen bei Curse Forge ich habe aber noch extra Mods runtergeladen unter anderem Custom NPC damit wir ein paar NPCs auch hinstellen können Decocraft ist drin und ja sonst eigentlich nicht mehr so viele Optifine habe ich noch rein getan genau und das war es also wir können noch mehr rein einfügen Ah Toxel sehr bekannt als der neueren Generation Anton Anton ist natürlich auch sehr bekannt Tangela so dann sind wir wieder also ich hoffe dass es reicht mit den Sachen also Pokémon Center Heilungsstation ja Heiler also Aluminium Blech äh muss ich zuerst wissen wie man das herstellt da muss man irgendwie mit dem Hammer draufschlagen äh das hat schon lange her äh Amboss ok ok da brauchen wir einfach mehrere Eisenbahn ja nicht nicht zu geladen hm haben jetzt keine mehr müssen wir jetzt echt nochmal Eisen holen ja ja wir mussten ja rauf erholzen werden doch wir haben ja wir sind jetzt da sehr gut dann ähm schauen wir mal nach den Bären die sind auch langsam wieder reif sehr gut also weiße haben wir schon genügend langsam die haben ein bisschen größere Hickups also rot brauche ich vor allem blau und gelb schwarz auch die drei ersten Pokébälle da haben wir noch Pink ist das ist auch so ein Bäre oder Blume da können wir mal kurz anschauen können wir mal kurz anschauen ah da Flea ist ja beim Surplenty ui eine neue Tweet von hm keine Ahnung was was die jetzt gerade mitzuteilen haben genug Fenster die Bären die sammeln ich dann an wenn ich mehr Lager habe sonst hole ich mir noch ein Backpack Mod gibt es eigentlich Backpacks sonst ja die sind von Decocraft die würden eigentlich gut gehen denke ich mal ich kenne sie nicht vielleicht neu oder so beziehungsweise nicht Decocraft 2 ich habe nur Decocraft 1 und das ist ein bisschen umfangreich der erste Teil keine Ahnung was mit dem zweiten Teil passiert ist oder ob er umbenannt wurde und nochmals ein bisschen erweitert wurde keine Ahnung so viele Mods fände ich eigentlich nicht immer ok hier haben wir noch mehr Bären sehr viele Bären die erste Stadt das erste Dorf unserer Reise machen wir hier im Bambus vielleicht in der Nähe so ungefähr da sind einfach ein bisschen zu viele Bäume vielleicht sieht es nicht so schön aus mal schauen da haben wir noch Gelb noch mehr Gelb noch mehr Gelb ah genau Melonen brauchen wir noch Rot Klauter geil cool nehmen wir mal die die ein bisschen versteckt sind also 2 damit wir schon ein bisschen haben wir machen vielleicht das zu unserer Hauptnahrung momentan noch noch mehr Gelbe haja haja also Gelbe haben wir mehr als genug Rot also Rot haben wir auch in der Nähe so dann gehen wir wieder zurück dann ist das Eisen hoffentlich schon fertig ok ja weiß ich pink habe ich nie gesehen wenn man jetzt meiste Bälle machen haja also das war es so und dann einfach Aluminium ah ich missklicken mich ein bisschen jetzt also Bauxit einfach mal brennen wir haben jetzt nicht so viel gefarmt hoffe es reicht aus die Matarze ist nicht zum Schlafen da ist es nur zum Liegen hm komisch also Aluminium ja ja pack die Zebra hin so ja sehr schön oder die mal anpflanzen einfach die wir brauchen die braun hat sehr viel also geht nicht so schnell da haben wir rote da haben wir gelbe weiße haben wir nicht grüne jetzt wahrscheinlich pink blau und pink bin noch nicht besser so kämpfe zusammen ah das Toxibet müsste eigentlich gewinnen ja aber die droppen gar keine sachen nur die wir selber töten wahrscheinlich ja ist auch gut so ich möchte eigentlich irgendwelche Pixel sehen weil manchmal sind unsichtbare Vokabelle da so scheinbar nicht na gut ich sehe jetzt auch hier nirgendwo eine Anzeige dafür ich dachte nur ein Pixel hätte uns ein bisschen geholfen ähm genau und jetzt müssen wir einfach diese Sachen flach machen äh äh einen Amboss muss ich noch machen äh einen Hammer äh einen Hammer äh schaffe ich den ist das auch Pixelmon? nein einen Aluminiumhammer Steinhammer Eisenhammer mach ich also ein Eisenhammer würde ja noch gehen so und dann hoffentlich haben wir die Healing Station schon und bald fertig rechts klicken nein also die Crafting Rezepte in Pixelmon sind recht anspruchsvoll oder relativ viele Sachen das ist so eine so ein Blech ja ein Diamant äh nicht ein Diamant einen Diamant haben wir noch nicht ja ok dann holen wir den einfach noch zuerst jo na dankeschön auch für das Follow das Misu nice dankeschön für alle unterstützt ja Pixelmon ist jetzt nicht mehr so berühmt das war ja damals einer der berühmtesten Mods haben sehr viele gemacht ich habe auch schon zwei oder drei Server gehabt und ja so gut kenne ich natürlich den Mod auch nicht aber ich habe meistens sehr gute Leute drauf gehabt die sehr gut gespielt haben und ja war richtig toll nur es ist halt sehr anspruchsvoll für einen Server man braucht einen sehr guten Host und der war halt zu teuer für mich jetzt nicht gerade so reicher Mensch ähm ja wir müssen jetzt einfach rund wir machen lieber noch Spitz hab ihn genommen also einen Diamanten brauchen wir mehr äh Aluminium äh ja Erze also Erze und vielleicht finden wir ja noch etwas anderes es gibt auch Strukturen unterirdisch und ja gucken was es noch alles gibt der Mod wurde ja sehr sehr erweitert und der wird immer noch sehr sehr erweitert also was es alles für Pokémon gibt die glaubt ihr gar nicht ist halt im Hauptspiel jetzt auch nicht oder in der Hauptedition auch nicht so gibt so Event Pokémons da ist irgendwas Weißes gewesen die Sachen können wir dann auch nach oben bringen hier ist noch Eisner ist ok was war das für ein weißes Pokémon ah Bundle Dye ist das nicht Schlattbohr hm ein ganz anderer englischer Name ah da noch etwas Kristall die Kristallerze habe ich eigentlich gern verwendet damals glaub ich doch schon aber sie mir ja entfallen was das jetzt genau ist können wir dann ja zusammen herausfinden kann ich gar nicht lesen 21 ist es mega klein verwechselt also ein Diamant mindestens so 14 13 12 11 13 so machen wir mal in die Richtung und in die andere Richtung ja wir wollen jetzt ein jung Ding überall wo wir bauen schon jetzt unten drunter haben jetzt einfach bis zum ersten Diamanterz und vielleicht noch ein bisschen Bioxiderz farm dann können wir schon endlich mal weitermachen mit dem trainieren von einem Pokémon wird dann natürlich so spannend wie möglich machen also so interessant wie möglich machen und nicht einfach nur 6 Pokémon farmen und sie dann trainieren können die gerne ein bisschen ja mir eine Challenge geben oder so darf jeder abstimmen gell was ich denn trainieren soll manche machen auch dass man ja einen Namen geben kann dem Pokémon dürft ihr gerne auch machen bei mir oder auch ein MC sein ein Spieler halt oder so ein Trainer dürft ihr alles aus aber ja ein Schengel gut da haben wir was Malachid malachid ja Diglett ich weiß es liegt da oh da war Diglett 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 einsteigen ist. Ist das vielleicht ein Park oder so? Wo ist ein Pokémon hier dran? Wir haben ja immer ein bisschen zu großen Umfang. So, da haben wir ja schon mal recht viel. Die war zwei Ilsteine bei der Lava. Vielleicht hier drin, habe ich vergessen. Irgendwo hier drin. Kohle können wir wieder mitnehmen. Ja, sehr wichtige Kohle. Ich werde vielleicht auch ein bisschen mehr Holzkohle wieder herstellen in diesem Projekt. Man weiß ja nie wie viel man Zeit hat dann auch zum Farmen von... Also zum Meinen. Dann doch wieder ein bisschen mehr Holzkohle machen. Also ich kann auch gut unterstützende Mods einbauen. oder wie er hieß. Kann ich mal einfügen. Das Eisen können wir auch noch gebrauchen. Ich weiß nicht, aber bei Meinen tut mir irgendwie mehr Spaß machen im Pixelmon, weil man ja auch mehr Freude hat und dann noch mehr Pokéwelle herstellen kann. Und so weiter. Die Motivation ist gerade ein bisschen da. Aber die Ananten möchte ich natürlich auch finden. Jetzt sind wir das erste Mal unten. Das brauchen vielleicht noch einige Zeit. Aber die Ananten sind ja natürlich selten. Man bedenke, wie häufig die sind in 1.18. Schon ziemlich schwer damals gewesen. Oh, Potrotz. Ein Pokémon, das ich irgendwie geliebt habe, obwohl es mega schwach war in der zweiten Gun. Ist ja ein Pokémon, das ich einfach haben wollte. War auch sehr selten, glaube ich. Ist einfach nervig zum Fangen. Ich war von einem großen Spieler-Gemeinschaft, war ich der einzige, der da ein paar Wasser-Pokémon auch gekriegt hat in der zweiten Gun. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißen. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißen. Oktarus oder so etwas hieß. Oktopus. Und die Vorentwicklung. Ist ja einfach schwer. Man hat ja kein Internet, man hat keine Komplettlösung oder so. Man musste ja alles selber herausfinden. Also in der ersten Gen, wie man wusste, wie man weiterkommt bei der MSN und so. Es war schwer. Viele kamen da gar nicht weiter von meinen Kollegen. Ich habe es dann irgendwann mal herausgefunden. Ich habe aber nicht so viel gespielt. Ja, das war noch eine Generation. Ohne Internet. Ohne Komplettlösung. Noch mit schwierigeren Spielen ohne Komplettlösung. Also ohne. Oh. Ich habe die Monten gefunden. Also ich hoffe, hier geht die Laube auch. Ja. Ja, hier geht es zumindest. Keine Ahnung. Wo war ein Bock-Munde? Ne, wahrscheinlich. Okay, aber wir hätten wahrscheinlich alle kriegen. Okay, vier. Keine Ahnung. Vier ist eben besser als zwei. Also drei wäre optimal natürlich. Vier wäre noch besser. Und vier haben wir. Ist doch gut. So, mehr Kohle will ich jetzt nicht mehr mitnehmen. Vielleicht hier hoch noch kurz. Ich glaube, im Balksit noch mehr. Hm. Okay, Platz haben wir auch noch. Eben im Augenblick irgendwas. Aber es ist gar nichts. Ah, Kiesling. Ist das gar deutsch? Oder ist das auch auf englisch Kiesling? Nein. Das ist deutsch. Ja, Floh mal auch. Da ist Eisen. Malachit. Vielleicht auch irgendwann mal. Ist das beim Supplenty? Ja. Keine Ahnung, was man daraus herstellt. Wahrscheinlich auch ein Werkzeug oder so. Da ist auch irgendwas. Silver. Gold. Okay, nice. Noch mehr Malachit. Diglett. Ja, Diglett. Ich weiss Diglett. Diglett. Alles gut. Jo. Dann haben wir das eigentlich geschafft. Mit dem Heiler können wir uns immer wieder zuhause heilen. Und ja, dann fangen wir das Dorf an. Da oben ist auch irgendwas. Anamethisten, oder? Ja. Ja. Ja, die Decke schon. Nicht schlecht manchmal. Oft an der Decke irgendwelche Erze. Ist das Brexit? Ist das gleich Brexit? Ja, ja. Das ist Brexit. Ja, steht oben. Sehr gut. Jetzt holen wir uns an, wie sie jetzt steht. Ja, oben. Okay, dann können wir gleich schon hoch. Mit jetzt nicht nur mehr Zeit investieren. Da ist die Höhle hier oben. Zu Ende, denke ich mal. Und da müssen wir einfach den Rückblick wieder finden. Okay, jetzt sind wir vielleicht hier. Die Lava. Aber, man sieht halt schon, früher waren die Höhlen halt auch ein bisschen besser. Ich finde es ein bisschen doof, dass Minecraft jetzt eigentlich nicht so viel Spass macht in der neuen Generation. Das fehlt halt wirklich, ja, ein bisschen wieder an Balance. Der Wertgenöte ist eher nervig als, ja, unterstützend. Die ganze Zeit über Stock und Stein macht nicht so viel Spass. Auch wenn er schön aussieht, dann muss er auch wirklich, ja, sehr entspannt sein auch. Und da ist er wirklich unter Sähe krampfig. Nachdem ist das Gefühl, man muss aufpassen, nicht in einen Schlag zu fallen. Und so weiter, also. Eben wegen den Plugins, die nicht so richtig funktionieren, die Developer auch nicht weitermachen. Ja, ist halt 1.18 echt nicht interessant für einen, der das selber macht. Schade, echt schade, aber das ist natürlich klar. Der Entwickler hat da Probleme gemacht und, ja. Wir müssen dafür einstellen, oder? Der Entwickler macht scheiße und wir müssen draufstehen. Okay. Ja, mit dem Boot können wir hier schnell wieder mal. Wenn wir nicht die Lava auch hier haben. Okay, hier haben wir ja noch eine riesige Höhle. Ich weiß gar nicht, wo ich hänge soll. Ich habe so eine große Höhle. Die hört ja nie auf. Wir sind leider schon voll. Also das nehmen wir noch mit und dann gehen wir einfach nach oben. Sonst importiere ich. Aber nicht zu viel Kohle. Ja, wir können 30 oder mehr Pick mitnehmen. Aber es sind wahrscheinlich sogar mehr als 30 Stück. Wow. Echt genial, wie so eine Höhle ist. Trotz Mods ist die Höhle eigentlich ziemlich groß. Wenn manche Mods machen, hat die Höhen wieder weg. Weil sie einfach nicht generiert werden können. Die Mods haben irgendwelche Blöcke hinzugefügt, die die Höhen dann einfach überschreiben. Und ihr habt es ja gesehen, im ersten Part vielleicht, dass ich wirklich keine Höhle gefunden habe. Und das liegt einfach daran, Bamser Plenty generiert zu wenig Höhlen. Bamser Plenty ist so ein Mod, der hat einfach neue Biome herstellt. Aber vergisst einfach irgendwelche Biome zu generieren. Okay. Gut. Also vergessen vielleicht einfach, dass die Entwickler nicht wieder herstellen können, dass es ja geht. Vielleicht ist er zu faul oder ich kann das gar nicht mehr generieren lassen. Ja. Ist ja auch sehr schwer. Also wer Programmieren gelernt hat, der weiss, wie nervig das jetzt ist. Ja, Diglett. Ja, Diglett. Ich weiss Diglett. Okay, das ist ein spezieller Diglett wieder. Ich denke, das ist eine Aloa-Form. Ich kenne sie jetzt nicht, aber mit zwei, drei Haaren. Auf dem Kopf, das ist eine Aloa-Form. Es gibt ja auch diese neue Form von Schied und Schwert. So. Hm. Okay. Müssen wir jetzt so ein bisschen mitnehmen. So. Aber ist doof. Lager noch mehr weg. Hier ist auch etwas versteckt. Ich glaube, das Lazuli ist sehr wichtig. Aber ich glaube, es gibt gar keine Lazuli-Verwendung, oder? Also einsetzen müssen sie, glaube ich, gar noch nicht. Hm. Wann wurde das gemacht von dem Crafting-Table? Ich weiß nicht, ob es Lazuli braucht. Also ja. Wir wollen ja auch Labislazuli-Blöcke und so herstellen. Deshalb brauchen wir, glaube ich, Lazuli zum Färben. Sonst, wenn es schon ist, dann ist es auch nicht so schlimm. Okay. Das ist mal ab. Da habe ich sehr viele schon gewonnen. Okay. Jetzt haben wir ein Problem. Also. Machen wir einfach nochmal die Spitzsacke. Wir haben ja noch einmal genügend. Mh. 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 Die brauche ich. Oh Gott. So. Hallo. Tschu. Tschu. Naja. In der Tschu. Also Kohle bau ich jetzt nicht so viel ab. Und wo wir es brauchen. Das machen wir eben aus Holzkohle. Was gibt es sonst? Also Dinge gibt es nicht. Apes gibt es nicht. Es gibt kein. Labe-Eimer würde ich dann selbst noch machen. Aber. Es ist nicht so viel. Eine haben wir auch noch nicht gemacht. Ja. Wie weit oben sind jetzt. 25. An sich. Ich gehe mal lieber rüber. Das ist so. Ich brauche hier noch ein bisschen mehr Buxit und so. Kohle hier. Vielleicht finden wir eine bessere Höhle wo wir dann wieder nach oben kommen. Dann müssen wir sie ja so nach oben graben. Ah ja. Die Spitze. Ja. Na gut. Okay. Ah. Wieder noch. Lieber in die Richtung wo das. Äh. Chuchu ist. Anstand. Okay. Jetzt haben wir jetzt hier eine Kohle. Ja. So viel Cobblestone möchte ich ja nicht weggeben. Ja. Machen wir das einfach mal so. So. Jetzt eher Lust. Kurze das zu lagern. Also Cobblestone. So haben wir jetzt nicht so. Das ist glaube ich die Dinge die Größen unten den hat. Das ist ja wegen den Störungen. Ob das das man hier alles lesen kann. Wird auch gewesen. Aber der hat kann ein bisschen größer werden. Achso. Dann kann ich das auch lesen. Also wo seid ihr jetzt oben noch ein bisschen? Ja. 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 Nein. Wenn wir oben haben. Wir unten. Da oben kommt er. Hier war ich noch nicht. Das ist das Kleinsteil. Hm. Viele Höhlen, aber keinen Ausgang. Bauxite gibt es jetzt gerade hier nicht mehr. Bauxite ist sehr selben. Hm. Noch mehr Smaragden. Ja, das hat ein Smaragd-Biome. Ich glaube, Dschungel. Sumpf wahrscheinlich mehr Saphire oder andere Erze. Wahrscheinlich in der Wüste mehr Rubine oder so. Keine Ahnung. Ich kenne den beim Subrendimod jetzt gar nicht so sehr von den Erzen Edelstein her. Ja. Hier haben wir noch Rubine, hier auch. Okay, dann graben wir uns direkt nach oben. Ah ja, die Kiste wollte ich noch kurz markieren, sonst finde ich sie gar nicht mehr. Wir gehen da wieder runter und dann gehen wir hoch von der Kiste her. Die ist hier gewesen, ne? Dann kommen wir irgendwo wieder raus, wahrscheinlich in der Nähe des Hauses. Ist auf jeden Fall in der Nähe von der anderen Nivelle. Und dann gehen wir am besten hier irgendwo hoch. So. Wo ist denn unser Haus? Das ist dann jetzt gerade nicht das Haus. Ja. In einer anderen Richtung. In die Richtung. Jetzt sieht man es. Okay. Ja. Machen wir es ja immer diese kleinen Punkte halt. Machen wir es mal so, dass wir hier irgendwo in der Nähe vom Haus rauskommen. Also zurück kann ich ja nicht mehr und dann ist ja auch dort keine Treppe. so einen Fallschacht. Also müssen wir hier einfach rausgehen. Ah, hier ist Baus X noch. Aber echt zu wenig Spitzhocken-Haltbarkeit. Ich glaube ich mache eine Steinachs noch. Die Zocke. Ja. Ich bin so tief unten unten. Ui, ei, ei, ei. Lieber noch Erz. Dann machen wir einfach nur einen Ofen fertig. Melzen. Das Eisenherz. Dann machen wir ja Eisenspitze. Sehr gut. Und welchen Biom sind wir jetzt? Also wir sind hier wo. Hm. Ah, wir sind hier. Jo, gut. Dann können wir hier locker nach oben gehen. Hier wird hier kein Dorf sein. Es regnet gerade. Okay. Reicht das noch? Ah, hier haben wir sie. Hahaha. Da kann ich mal Wasser rein. Okay. Wirklich gesund. So. Ähm. Ja, anders. Ich kann nicht spazieren. Dann kann ich den Max noch mitnehmen. Aufwand machen. Ja. Jetzt kann ich es dazu herstellen. Mal sehen. Na ja. Hier haben wir die noch weiter회ezen. Gut, dass die noch keine Physik haben. Das war einer der schlimmsten Update, das Aquantis Update, dass die Ereignis Physik bekommen haben, war eigentlich nicht nötig. Seitdem die Ereignis Physik haben, gehen die Ereignis halt irgendwo runter, also Fliesen runter. Hier ist eine Höhle, aber jetzt haben wir die Einsteiger und Kohle hier drin. Tausende von Höhlen, einfach mega gut versteckt. Hier brauchen wir jetzt gar nichts. So. Also zuhause sind wir. Pfüch. Okay, klingst du wieder an. Diamantenhornel brauchen wir. Oxid brauchen wir. Und ganz viel Eisen. Das ist mal so. Wir müssen jetzt mal noch ein Band fallen für die Himmelküste. So. Und dann fangen wir an den Hall herzustellen. So. Also zwei und drei. Dann können wir mal zwei Kisten herstellen. Das andere Holz. Wir müssen hier mal da behalten. Also hier machen wir einfach alles rein. So. Und die Holzschwecke. So. Dann haben wir hier ganz die Bohle. So. Und die Holzschwecke. Dann haben wir hier ganz die Bohle. Gut, also Eisen, halte wenig. Das wird jetzt nur eingeschlagen. Wir müssen es einsetzen bitte. So, wir brauchen noch mehr von den Plotten. Also vier sollten jetzt ehrlich sein. Ein Diamant und vielleicht noch ein bisschen Eisen, glaube ich. Ich brauche Essen. Ein bisschen etwas anpflanzen. So, Dankeschön für den Follow. So, wir haben alles. Dann noch ein Eisen zu wenig. Gut, dann ein Diamanten. Gut, dass wir vier gefunden haben. Äh, das war glaube ich so. In den Ecken war es. Jetzt ende ich den Karnimani. Und hier ran. So. Wie. Okay. Ein Polygon-Schweif haben irgendwie bekommen. Noch jetzt da mal, äh. Oh, da wird es jetzt runter. Ich weiß gar nicht, wie ich hier voran nehme. So. Schön. Also eine Heile haben wir. Jetzt können wir Karnimani auch ein bisschen leveln. Ich weiß jetzt, wo genug Gute Pokémon sind. Also die nicht zu stark sind natürlich. Oder. Du kommst gar nicht. Die Kiste machen wir hier neben alle. Alle? Und hier machen wir einfach alle Pokémon-Sachen rein. Dann wir hier einfach noch ein bisschen. Ja, die anderen. Also die. Orientieren habe, was, was ist von dem Mod, was ist von dem anderen Mod. Also scheinbar, ja okay. So. Vier Amethyst. Wie wird das auch noch weh betun? Es gibt gar nicht mehr. So viel. Aber. Da. Wie. Okay. Wir müssen gleich noch zwei, drei Kisten machen. für jeden Typ oder so. Damit ich die Übersicht habe. Gut. Also. Oh, jetzt hört es auf zu regnen. Also. Ich brauche Wasser. Wasser haben wir jetzt gerade nicht in der Nähe. Und dann machen wir einfach ein paar Weizenfarm. Äh. Also Fleisch können wir ja sonst eher nicht holen. Nur mit Pokémon besiegen. Was ist das? Das Ding ist so eine. So eine Zelle, glaube ich. Ist jetzt gerade auch nicht so. Muss auch ein neues Pokémon sein. Ich kenne die neueren Pokémon jetzt nicht alle. Okay. Ja. Wir müssen zweimal laufen. Ich brauche einen unendlichen Brunnen. Hm. Seitwärtsbrunnen. Nein. Zweimal zwei Brunnen, denke ich mal. Äh. Ja. Genau. Hier rein. Dann haben wir gleich zwei Blöcke. Ja. Jetzt habe ich die Erde hier noch richtig rein. Dann noch mal das Wasser holen. Okay. Okay. Jetzt muss ich näher ein Wasser. So. Zuck. Ja. Die können jetzt auch wieder angreifen. Schauen wir mal. Die haben das rausgenommen. Das meine ich. Ja. Rettans sind sehr aggressiv. Okay. 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 Fünf Lehm noch. Wir müssen uns kurz heilen, denke ich. Ah. Okay. Ich war da richtig geladen. So. Ähm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Hier noch. Ja. Wir müssen. Ich denke wir machen ein Mord, kann ja nicht mehr lohnen. Fürbis haben wir aber noch nicht. Nur Fünf, so könnten wir besiegen. Ja, ist ja nicht effektiv, aber macht ja schon an. Ja, okay. Können wir nicht besiegen. Und wir waren so. Schade. Echt. Schade. Schade. Gut. Also machen wir eine Hacke. Der Hacke. Richtig. Ja. Also Pokémon, die stärke sind gleich. Da können wir nichts machen am Anfang. Wir müssten eigentlich immer ein ganz starkes Pokémon dann dabei haben. und dann die kleinen Pokémon dann farmen. Also ja. Leben lassen. Ähm. Also Melonen möchte ich schon machen. Ähm. Anpflanzen. Birnen müssen wir irgendwie wissen wie das geht. Gibt es leider kein Kripting Rezept. Jetzt gar nicht mehr, welchen Knopf ich genommen habe zum Rezept. Schauen wir mal kurz nach. Musst ja mehrere umlegen. Also hier gibt es auch noch Doppelbelegung und so. Ähm. Gibt es nicht. In der Mod gibt es nicht drin, wo das alles anzeigt. Müssen wir das manuell machen. Pixelmon. Beiler. J. Rezept. Next. Was ist denn Next? Ist leider auch schon belegt. Minus auch. Grave auch. Matu vielleicht. Ja. Ich darf hier das gar nicht drücken. Hm. Gut. Habe ich den Leistung nicht beendet. Also es geht alles nicht. Also scheinbar gibt es von diesem Rohstoff kein Rezept. Den muss man einfach immer wieder. Bam. Ich muss irgendwie einen Knopf finden. Der einfach geht. Na es geht kein Rezept. Okay. Die Beine hat kein Rezept. Also da können wir wahrscheinlich auch keinen Baum herstellen. So, dann machen wir das mal so, dass er wirklich auf eine Seite noch ist, gut, die müssen wirklich auf eine Seite und den Baum, den lauf ich jetzt weg, den brauche ich hier nicht, so, ja sonst haben wir nichts, also mit der Beere können wir nichts machen, haben wir Setzlinge, wir haben halt wirklich keine Setzlinge, hier ist auch kein Setzling getroppt scheinbar, müsste eigentlich noch hier sein, das Setzling, ja, Dschungelhölzer sind halt schon immer ein bisschen klar mit dem Farmen, ja, ich hoffe ich bekomme noch Dschungelsetzlinge, sonst bin ich mit dem Arm dran, mit Holz, Müssten dann irgendwie anders dann, ja, dann weiß, äh, Eichen holen, oder Beeken, ich glaube ich habe irgendwo Beeken auch noch gesehen, hm. So, hier haben wir Eber, die, gut, es gibt gute, äh, Pokéwelle, können wir ja schon herstellen, ich werde aber die verwenden, ich brauche unbedingt, unbedingt die Teile, die, äh, die Ditsa und so, die haben nämlich Mitnahme, das ist sehr wichtig, mit Mitnahme bekommen hat, sehr gute Eignisse, und deshalb muss ich die holen, wie geht's, hallo, es geht, ja, es geht, ich bin leider ein bisschen krank, und, ja, bisschen schwach, einfach so, geschwächt, gut, also, wir gehen jetzt einfach auf die Jagd nach die Ditsas und Zickzachs, für Mitnahme, und dafür brauchen wir einfach, ja, alle Pokéwelle, so. Ja, und das Essen sollte dann auch mal kommen, sonst verhungern wir noch, haha, ja, hm. Okay, wir haben kein Leben verloren, sehr gut, also das, Kani-Mani hat kein Leben bekommen, gute Bessung, ja, dankeschön. Also hier haben wir ein, eine Ebene sozusagen, ihr seht das, Ebene wahrscheinlich, und hier sollten eigentlich jetzt, ja, jetzt nicht gerade in der Nacht, vielleicht sind in der Nacht noch andere Pokémon, die wir brauchen, was ist denn das ein Pokémon, okay, ein Radikal, ein Radplatz, könnte ich das jetzt angreifen, ich mach's jetzt lieber nicht, sonst steht mein Kani-Mani hier, noch zu starke Pokémon für das Kani-Mani, äh, ja, leveln konnte ich schon ein bisschen, zwei Level, aber es wird halt immer wieder angegriffen, Level 4 Trainer, da wird er wahrscheinlich trotzdem noch ein bisschen zu stark sein, hm. Wieser ist zu stark, haben wir auch noch mal einen Trainer, oder? Ah, Attacken-Lehrer, die sehen so aus, hm, dachte eher professioneller, okay, ich will das jetzt hätte immer noch einen Geil, okay, keine Ahnung, okay, vielleicht schlüpft das irgendwie, was rechts fliegt, ah, das ist eine Raid, solo, also das könnte man Multiplayer, also das ich hab ja, ah, mega, also Dynamax genau heißt, okay, das sind auch andere Pokémon von Kränen oder so, ja, gut, ne, also ich bin nicht getroffen, ne, nice, ja, ja, das kann, ja, okay, kürtl ist gestorben, haha, aber nicht. Jetzt wird unser Spezialangriff kommen. Wer das nicht Spezial ist, haben wir mehr Stärke. Ich habe leider eines der nervigsten Wesen, der keine Bonis gibt. Ich möchte einfach automatisch das anwerfen. Ist zu viel zu stark natürlich. Ok, aber wir haben auch Schaden angerichtet. Ja, Relax ist natürlich sehr stark auf Level. Es kommen neue Pokémon. Also wir haben mehrere Pokémon. Ok, das ist eher für später dann. So haben wir jetzt noch keine Schuhe. Ah, jetzt kommt es einfach wieder. Jetzt noch mal Klotz einsetzen. Hm. Das ist eben nicht. Ok. In diesem Jubelangriff. Ok. Hast du gerade gelesen was passiert ist? Ich denke wir haben einfach verloren. Vielleicht hat er so einen AOE Angriff angesetzt, der drei getötet hat. Das ist so. Keine Ahnung. Also wir machen jetzt einfach weiter. Vielleicht kommt ja eins dann wieder. Nagelotz hat glaube ich keine Mitnahme. Hm. Ja. Ja. Wir müssen warten bis es Tag ist. Das ist gleich Tag. Brettern sind eben böse weil sie angreifen. Da haben wir nicht. Ach wie so. Nicht nerven. Komm die machen. Ja. Ja. Ein Icker. Ein Icker. Ja. Sehr schön. Aber wollte nicht mehr angreifen. Dankeschön. Bingul. Ich habe bald einen zweiten Server noch. Der startet morgen. ein bisschen eine Art anderer Minecraft Server. Und ja von Pixelmon das ist jetzt gerade neu wieder. Also ich habe damals schon zwei oder drei Pixelmon Server gemacht. Aber ja. Hat jetzt nicht immer so gereicht mit dem Geld. Könnte schon mal wieder einen machen. Aber es muss halt auch gut gehen. Ja. Ja. Man macht immer wieder ein bisschen Probleme mit der Performance. So Legspikes und alles mögliche. Also große Legs. Ganz zwischendurch wegen der Wölkernröchen. Okay. Wollys haben wir. Aber Wollys, die geben Wolle. Könnte ich das besiegen? Jetzt bleibt unser Arm. Ackwaknare. Hm. Wieso bin ich Schadenhäuler? Also lieber nicht Ackwaknare. Angreifen. Soll ich das fangen? Lass das mal noch wieder fahren. Oder lieber die Wolle haben. Ja. Sehr schön. Wolle haben wir jetzt schon mal. Aber noch nicht genügend. Ich brauche ein Bett zum Heilen. Wolle haben. Ist zu stark das Wolle. Zickzachs haben wir. Ah. Kann so ein bisschen schwer sein. Ich glaube Raserei ist nicht so gut. Ich glaube was. Ich glaube nur noch. Das war Raserei. Ich bin noch ein Gewinn. Nicht genauer. Ich glaube nicht. Das ist ein Tuschal. Ich bin noch ein Gewinn. Ich bin noch ein Gewinn. Ja sicher. Danke schön, dass du so klein warst und das Label nicht so gut zu sehen war. War ein bisschen zu stark. Wir müssen leider kurz zurück. Damals hatte ich wirklich Lassel auch ausprobiert. Heutzutage sind sie glaube ich besser geworden durch rechte Hand. Ich weiß es gar nicht, aber es wird nicht so oft eingesetzt. Also da ist nun mal weg. Ich kriege hier keinen Label. Ich kriege hier einen Ocidiensee. So. Genau. Ich gehe noch Pokemon kaputt oder Tier. Erntiere gibt es ja nicht. Okay. Pokemon sind jetzt Tier. Dschungeltempel. Genau. Dschungeltempel. Genau. Dschungeltempelreife. Äh. Jetzt müssen wir wieder hin und her laufen. Aber wo Leveln? Also ich habe jetzt das Knofenz angeschaut und das ist ja ein überlegenes Pokemon. Also doch irgendwie ein Pokemon zuerst fangen und das dann trainieren. Weil ich habe irgendwie das Gefühl Wasser ist jetzt gerade hier im Dschungel und so unterlegen. Also ich muss irgendwie. Also ich muss irgendwie. Also ich muss irgendwie. Mal an den Rettans und Pedizas. Für ähm. Ding weggehen. Auszeichnungser Rettan. Auch die, die angreifen einfach müssen. Aber einen Entern. Möchte ich jetzt auch nicht mehr mieten. Du weißt ja vielleicht aus dem Anime was passiert, wenn ein Entern böse wird. Ja, ja, ja. Jajajaj. Hier gehts. Habe ich ja auch gerade Lava gehört. Okay. Überall aber Lava, Lava, Lava. Okay. Die spawnen wahrscheinlich relativ selten. aber in der Nacht oder nur in der Nacht. Und die kann man dann besiegen, also Dinamox. Geben vielleicht mehr Erfahrung oder so, mehr Items, Hops, Cross, Voltiball. Sieht sehr cool aus, die Voltiballs. Also die Grafik so ist richtig schön von den Pokémon. Zick-Zachs, Aula, 15, Aula. Also Ausweichen ist ein bisschen humaner als diese Angriffe von den hochleveligen Pokémon. Also Zick-Zachs kann halt wirklich eine große Spannbreite an Stärke haben. Ist eine 15 sicher einmal. Nur, ja, sie sind auch Seiden, habe ich das Gefühl. Ich glaube, ich gehe zum Kabel da, Nummer 2 jetzt. Betan. Vielleicht gibt es nämlich dort auch wieder Pokéball. Die Reutoball möchte ich auch nicht mieten. Ja, Punkensprung ist natürlich auch... Es sind immer nur Attacken, die sehr effektiv sind. Also, komm. Dann tun wir den Ozean noch ein bisschen durchsuchen dann. Wir brauchen irgendwie eine Taktik, weil viele Pokémon sind einfach zu stark. Ich habe übrigens eingestellt, dass die ungefähr in meinem Level sind, aber sie sind nicht in meinem Level. Jetzt hat das Spiel, also das Mod-Pack, da noch nicht so gut drauf. Also steht... Ah, es steht einfach nur... Also Level 8, schätzt. Sehr weit weg. Und das sollten eigentlich nicht so Level 20 Monster und so sein. Ich habe irgendwie so Level 28 Monster auch schon gesehen. Okay, hier haben wir nämlich überall... Mal hier... Kruhen? Ja, eben Fisch. Wir brauchen wieder. Irgendwie essen. Die Angeln lassen wir mal hier drin. Seetang. Herzschuppe. Oh, Herzschuppe. Ziemlich gut. Zauberwasser wieder. Ding. Profi-Angeln nämlich. Aber keine Pokéwälder mehr, also da waren die nicht hier in einem Karpator, aber auf jeden Fall. Also Profi-Angel, Super-Angel ist besser, aber Profi-Angel auch mitnehmen. Die normale, die bringt es ja nicht so viel. Das Bett mitnehmen, wir brauchen ja unbedingt Heiler. Hier noch mitnehmen und hier. Sehr gut. Dann ist eigentlich alles, ich möchte diesen Reiskocher noch mitnehmen. Warte. Ah, das ist eine Waschmaschine. Auf jeden Fall Japanisch. Man kennt es gar nicht so. Das nehme ich auch mit. Die Hauke nehme ich auch mit. So. Hat es sonst noch irgendwas? Schwarz? Eiche? Ja, sehr gut. Ja. Dann gehen wir wieder raus. Was haben wir sonst noch? Wir haben hier einen großen Red Hood Forest wahrscheinlich. Hier auch wieder so ein... So ist es ein, oder? Ja. Dinomax, Dinomax. Scheinbar ist das... Ah gut, jetzt hat es jetzt wieder einen Karpel. Sehr schön. Das hilft natürlich sehr. Da haben wir ja auch noch... Okay, eine ziemlich schöne. Also da könnten wir dann irgendwie so ein Team Rocket oder so hin platzieren. Irgendwas schönes bauen. Wie heißt dieser Wald? Ich kann es nicht lesen. Ominous Woods. Okay. Ominous Woods. Das ist eine kleine Insel. Team Böse machen wir hier. Das haben wir jetzt eigentlich alles auch noch gesehen. Wir haben hier Dschungel. Wir haben recht viel Sumpf. Da auch noch irgendwie ein Moor. Da können wir ja echt schöne Sachen bauen. Eine Totenblume. Okay, die tut uns verdorren. Das ist jetzt nicht so gut. Eine Brombeere. Okay, jetzt langsam ist er wieder weg. Also die Birne... Die ist leider jetzt... Hm. Wie wird die Birne mit sein? Weil sie... Nicht unbedingt so mega selten ist. Eine Birne ist doch ein schönes Alten. Hm. Uiuiui. Gesundheitlich echt angeschlagen. Ich hoffe, mein Zucker wird nicht dazu. Wenn ich jetzt noch... Energie brauche. Ja, genau. Birken. Aber später holen. Fichten auch. Mal holen wir da mal später. Aber so, dass wir die gerade auch noch auf der Map sehen. Ein Dorf wäre gut, aber... Ich hole mir da noch Adventurous Backpack. Der ist ziemlich gut. Der Optisch auch noch mehr holen ist. Okay. Gut, das haben wir hier. Ein Mega... Lamos. Ist ja jetzt ein Schwanz ziemlich... Hier haben wir so ein... Ja, Herbst hier. Ist nicht ein richtiges, aber... So ein Öde. Braun. Gut. Und jetzt gehen wir einfach alles wieder zurück. Das Kalimani kann vielleicht bald auch nochmal angreifen. Genau. Wir schlafen jetzt einfach in Donne. Das ist auch wieder gehärt. Dann machen wir nachher später vielleicht ein bisschen Roblox. Geht ja. Ja, vielleicht geht. Jetzt gerade nicht wegen Service Start heute Morgen. Ich hoffe, er kriegt alles hin. Muss mal kurz einfach lesen. Ich dachte irgendwas. Was macht er denn? Ich sehe es jetzt gar nicht. Was macht er denn? Ich sehe es jetzt gar nicht. Ist leider auch hier nicht denn in meinem... Okay. Ich sehe gleich noch kurz. Fenster und OBS wieder einstellen. So. Also Carpator können wir eigentlich jetzt schon angreifen. Ich bin aber auch alle hochlädig. Doch, was kenne ich? Null. Was ist denn das? Eine ganz neue Generation. Okay, es ist bald Essenszeit. Ich habe sehr viel Hunger. Hm. So, hier bin ich mal am Land. Und ich will ja nochmal ein ganz, ganz schwaches, bitte. Dickzacks bis hin. Ja. Schon sehr viel. Okay. Okay. Hätte ich jetzt niemals gedacht. Aber... Okay. Weil... Ja, es ist ja Pixel, man. Es ist ja nicht irgendwie... Vanilla. Kommt natürlich so schnell nicht drauf. Nein, nein. Nicht zu. So. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Platz. Für jetzt einfach diese Sachen hier, die ich jetzt nicht unbedingt brauche. Ja, Monster sind halt aus. Damit sie nicht angreifen werden, dann im Pokémon-Kampf, sind die ja standardmäßig aus. Ich könnte sie schon einstellen mal. Aber ich will eben den Loot eher in der Pokémon haben. Ja. Ja. Das ist das Schallgarten. Die Steinsjubel. Klarglocke. Rote Bete-Samen. Die nehme ich alle dann später mit oder? Das ist wichtig. Die Klarglocke nehme ich auch mit. So. Jetzt haben wir noch ein bisschen Sand, damit wir den Sand auch haben. Für das Dorf dann. Ich mach jetzt einfach mal nicht so ein großes Dorf, als wir starten. Das Dorf. Den Schafel. Ja, und dann können wir hier wieder hoch. Ja wunderbar. Okay, ein guter Spawner. Ein gut gelegener Spawner gefunden. Auf diesem Ort waren, glaube ich, fast noch nie. Nebendran. Vorbei. Okay, der ist hier. Was ist eigentlich für ein Spawner? Ein Zombiespawner, glaube ich. Müsst du jetzt schauen. Ein Schweine. Ein Monsterspawner-Schwein. Ist der wegen Pixelmon so ein Schweine-Zombie geworden? Das ist ein paar hundert. Aber Schweine kann man ja nicht, äh, die Spawner auch nicht. Die müsste man anstellen. Und dann geht's. Was ist denn da so ein Schmetterling? Haben wir irgendwo noch ein Zickzacks bitte? Ja, wir haben jetzt volles Leben durch das Schlafen. Sehr gut. Wollte beißt singen. Was ist das für ein Schmetterling? Das ist, glaube ich, ist das Papinella? Nein. Das ist ein Schmetterling, der sich immer färbt. Also ein zigartiges Muster hat. Deshalb sieht man da jetzt gelb, schwarz und blau. Ja, da würde ich gerne ein paar mehr fangen. Ein bisschen sammeln. Sind aber noch zu stark und zu gross. So, ein Zickzacks Level 11 ist zu stark. Das ist Qualotbeere. Ja, das Zickzacks Level 11, da sollten wir uns wahrscheinlich besiegen. Doch, Aquaknall, ey. Was bezieht sie jetzt? Mehr gestalten. Ja, toll. Immer zu starke Pokémon, die angreifen. Na gut. Schlafen können wir jetzt leider nicht. Miltank. Dafür können wir die Pokémon nicht von der Nähe ein bisschen ansehen. Pädopokémon. Nein, es ist nicht so pervers. Ah, cool. Ein Ventilator. Ein Ventilator. Ein richtiger Ventilator. Ein richtiger Ventilator. Schade, dass die Animation beziehungsweise nicht richtig dasteht. Okay, das Pokémon wurde besiegt. Eher so steht ja weg und dann steht kurz, ganz, ganz unscharf. Ja, Pokémon wurde besiegt. Na ja. Also irgendwo hier haben wir ja noch Lava. Das möchte ich ja noch kurz weg haben. So, wir werden überall Wege hinbauen. Das ist ja relativ schnell gemacht. Okay, da kämpft jemand. Irgendwo hier war Lava. Ja, ja. Komisch. Ich hatte Lava gehört. Vielleicht die hier ist. Ich höre jetzt keine Lava mehr. Ich habe sie zwar nicht mehr so laut. Geweye. Das war ein Pokémon, das ich genutzt habe in der zweiten Gen. Geweye war mein Wasser-Pokémon und das war sehr stark. Komm, Herbst. Okay. Das kommt mir sehr bekannt vor. Könnte auch von den Rennschwerten, Schädchen sein. Komm mir irgendwie bekannt vor, aber auf einem Screenshot oder so gesehen. Das ist eine Waschmaschine brauche ich. Ja, ich baue noch gleich so Kiste. Ich baue so viel Holz für Kiste. Ich baue jetzt alles ja nochmals fahren. Also, Qualoft-Beere. Was ist das? Würzig, süß, sauer. Ahhh, da war Contest. Ah, stimmt. Das gab's ja auch. Waschmaschine. Leben, Länge, Meckler. Ok. Zum Tavisch-Schärme. Heilung, wenn man Schaden bekommt, außer Pokémon Zauberwurstig, und jetzt müssen wir einfach noch mal schauen, ob es irgendwas gibt, ja, die Augen, so, die Totenblume und so, ja, müssen wir noch Kisten für Garten machen oder so, aber ich drehe jetzt natürlich hier rein, also im Schwarzeichen geht nichts, keine brauchen wir jetzt momentan auch nicht, äh, Glas brauchen wir bald, Eisenauke brauchen wir auch momentan nicht, Melonenkerne auch nicht, ich wollte nämlich, genau die anderen müssen wir auch noch holen, stimmt, so, ähm, dann machen wir die Random Ticks wieder so ein bisschen höher, äh, 6, äh, sonst dauert das zu ewig, Ok, wir haben einfach keine Setzlinge bekommen, das war ein Mist, oh, Nabula, 9-11-19 gegen Nabula, Mabula, Mabula, will 5, Ok, Ok, Ja, zu voll ist, klar ist das nicht so toll, Klasse, Ok, beide sind down, haha, nein, ist vorhin zu gefallen, Ok, Sagen wir mal, wie lange wir überleben, aber die greifen sich wieder an, Also den Villagehaardorf haben wir jetzt noch nicht gefunden, ähm, ja, Ja, ich muss aber eins finden, hm, ja gut, also, es geht jetzt aber noch nicht so gut, wir müssen da noch mehr Zeit haben, Und ich weiß nicht, wie soll es noch nie tun? Wir haben hier ein Wichtig Fire dazu gemacht, Ich lasse auch, was sagt das. Okay, das ist doch nicht so gut, Ja, also würde ich zwei Mal machen, Also würde ich sehen, wie wir die Feier dazu gemacht? Genau, diese Schuss haben wir nicht so gut, Wichtig sind die Schuss haben wir nicht so gut, Also würde ich ein bisschen inflamaieren. Ein Glutzuck, da regnen wir es ja, vielleicht ein Manky, okay, ich setze Länge ein, haben wir. Gut, die Bäume setzen wir dann einfach unten hin. Also ein bisschen ein Haus kann ich ja bauen. Ich würde ein Haus eigentlich hier oben bauen, so direkt hier, wo wir die Bäume fällen. Vielleicht dann auch irgendwie so ein bisschen mehr räumen dann auf den Wald, auf den Dschungel hoch. So ein halbes Baumhaus oder so. Ein Turm und ein Baumhaus nebendran. Sieht vielleicht cool aussehen. Dankeschön für den Follow. Theo, Lix, willkommen. 410 Follow, den Ziel erreicht. Okay, cool. Dankeschön. Das Toxiped wollte ich uns da anbringen. Ich bin gerade nicht in Stimmung zum Kämpfen. Wir sind gerade am Haus bauen wollen. Dafür brauchen wir einfach noch ein bisschen mehr Holz. 4 Setzlinge haben wir schon mal. Das ist roh. Essen wir nicht. Schon wieder Toxiped. Ich glaube, ich muss abhauen von hier. Ja, immerhin ist er langsam. So, der greift uns hin und an. So, jetzt haben wir wieder Essen. Jetzt mal. So, die rohen rein. Die brauchen wir nicht. Die Kakaobohren können wir später mal anpflanzen. Die müssen wir anpflanzen hier. So. Und die Tropensetzlinge, die müssen wir einzeln anpflanzen, sonst bekommen wir zu wenig. So, und hier ist einfach die Lava. Die tun wir zuerst mal leeren. Wir müssen eine Eime machen. Und dann tun wir einfach die Öfen damit befeuern. Also. Wie machen wir jetzt das? Genau. Wir holen Bichten oder Schwarz eigentlich irgendwo von her. Wir machen das ein bisschen mit dunklem Holz. Ähm. Machen wir es ab hier oben. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs. Zwei, drei, vier, fünf. Sechs. Zwei, drei, vier, sechs. Da haben wir so ein kleiner Problem. Ich hab schon eine Idee, was es denn für ein Haus wird. Ich hab ja weiter. Schau. Ich hab ja ein paar Kakaobeschäme. So. Hier, das ist doch ein wenig. Ich hab schon ein paar Kakaobeschäme. Ein wäre schwer zu erkämmende. Abschäme. So, das geht. Dann im nächsten Haus, ich weiß nicht ob ich jetzt noch hingehen soll. Ja, Schaufeln haben wir auch nicht mehr, nur eine kleine Schafel, die dann weggeworfen ist. Okay, das machen wir dann auf den nächsten Part. Ja, schon wieder Toxibett. Ach komm. Tschüss, Toxibett. Hm. Es ist echt anstrengend, wenn die immer angreifen. Ja, das machen wir auch nächstes Mal. Ich denke, es reicht aber jetzt so groß. Dann noch ernten, damit wir die wieder mehr haben. Gut. Jo, also im nächsten Part gehen wir Schwarzeichenwald suchen. Schwarzeinholz. Da haben wir Fichten holen wir, Beken holen wir. Und wir holen, denke ich, erstmal noch die Bambusse. Gibt es morgen. Denke ich mal. Ja. Und ja. Heute haben gibt es sicher mal noch Roblox und GTA Online vielleicht noch. Genau. Den haben wir geholt. Die Pagode. Da haben wir auch kurz drauf. Beziehungsweise noch spezielle Sachen. Wahrscheinlich auch ein Baum. Eine Baumart. Jo. Gut. Dann. Dankeschön. Und ja. Gebt euch ein Follows jetzt wieder. Und auch fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss. Jo. Dann ist es hin. Hallo. D 톡! Wo thyroid語isch Transfer. Odd einen Handvoll. Ereby.